Egal, welche Tour wir geplant haben, irgendwas ist schiefgegangen. Entweder ist die App abgestürzt oder sie hat uns 26 Stunden über irgendeinen Schrotterweg oder die Adresse nicht gefunden oder wir waren am falschen Ziel oder genau so ungefähr ist es losgegangen. Und zwar, was echt super lustig ist, weil Kalimoto ist ja auch ein Sponsor für 1000BS und dann habe ich echt gestern Abend mit meiner Freundin dieses tolle Reisevideo von Tenerife gesehen. Da kommt kurz eine Einblendung hier. Hey, Kalimoto, da kannst du die Route super planen, aber bei den Fahrsequenzen später, wenn du sie fahren siehst, benutze sie alle Google Maps. Grandios, grandios. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier. Heute ein Schmerzpunkt in meiner Motorradkarriere. Die traumhafte App Kalimoto, die wahrscheinlich fast jeder von uns benutzt. Gefühlt kenne ich sie seit Siamatius und gefühlt habe ich jedes Jahr bei jeder Motorradreise wieder unendlich viele Schmerzen mentaler und psychischer Art, die auf jeden Fall ein schlechtes Licht und einen übelen Nachgeschmack auf diese Reise werfen. Jedes Mal, wenn ich an Kalimoto denke. Bei mir ist es echt soweit. Die Freundin hat schon gesagt, sie mag Kalimoto nicht. An dieser Stelle hier kein Statement von ihr, weil egal welche Tour wir geplant haben, irgendwas ist schiefgegangen. Entweder ist die App abgestürzt oder sie hat uns 26 Stunden über irgendeinen Schotterweg oder die Adresse nicht gefunden oder wir waren am falschen Ziel oder genau so ungefähr ist es losgegangen. Und deshalb werde ich in diesem Video auf meine primären Schmerzpunkte eingehen und die kann man eigentlich in drei Kategorien unterteilen. Der erste Punkt ist tatsächlich Prozessorauslastung und dadurch auch Akkuverbrauch. Meine letzten drei Telefone waren ein Google Pixel 6 Pro, danach ein S23 und jetzt ein S24 Ultra. Und das Ding ist, wenn ein Smartphone lädt, wird es schon mal warm. Wenn eine App extrem viel CPU-Last und einfach Rechenleistung braucht, wird dein Handy einfach warm. Also wenn alles zusammen zu heiß wird, senkt sich die Displayherdigkeit. Heißt, worst case, du siehst nichts mehr auf deinem Display, weil dein Handy versucht irgendwie nicht durchzubrennen und dementsprechend einfach alles runterfährt, was irgendwie möglich ist, im schlechtesten Fall auch gar nicht mehr lädt, weil es sonst zu einer extremeren Überhitzung führt. Eigentlich haben wir jetzt ja beim Motorrad Fahrtwind und das sollte alles kein Problem sein. Und es ist auch alles kein Problem, wenn du Google Maps oder TomTom Go oder irgendeine andere Navi-App, die ich zumindest kenne, benutzt. Dann ist das alles komplett in Maßen. Aber wenn du tatsächlich Kalimoto laufen hast und es ist egal, ob du mit Kalimoto navigierst oder ob du tatsächlich nur die Route aufzeichnest, in beiden Fällen braucht das Ding meistens um 1000 mAh oder sogar noch mehr Strom, was einfach auch mehr ist, als ein normaler USB-A-Stecker überhaupt liefern kann. So mal ganz grob zusammengefasst. Einfach so die Problematik. Einfach zu viel Last auf allem erzeugt zu viel Battery-Drain, Stromverbrauch, erzeugt trotz Laden ein Dischargen, also ein Entladen des Handys. Soll heißen, das Handy steckt am Stromstecker. Früher hat es nur USB-A gegeben und dann steckt es am USB-A-Stecker. Also du hast ja von USB-A auf USB-C. Ist quasi limitiert mit so einer maximalen Stromstärke und Werten. USB-C lädt viel schneller, aber wir kommen später dann dazu. Hängt quasi dein Handy am Strom während dem Fahren und entlädt trotzdem noch, weil quasi der Strom, der reingeputtet wird, weniger ist als das, was das Handy verbraucht. Wirklich, wirklich üble Sache. Jetzt habe ich das getestet. Ich habe jetzt nagelneu die Harley-Davidson Panamerica und die hat tatsächlich sogar einen USB-C-Stecker. USB-C ist jetzt in der Lage, höhere Stromstärke und in der Regel auch einfach mehr Output zu liefern. Dementsprechend habe ich das getestet. Der USB-C-Anschluss der Panamerica zumindest ist leider auch nicht in der Lage, das Handy zu laden während dem Fahren. Das heißt, kein Witz, die ersten fünf Tage aus Sardinien hatte ich einfach Stress. Ich bin halt acht bis zehn Stunden täglich Motorrad gefahren. Mein Handy ist die ganze Zeit am Strom gehängt. Trotzdem war es meistens vor Ende des Tages einfach komplett leer. Dann habe ich zum Glück noch ein Akkupack dabei gehabt mit USB-C. Der hat quasi in den Pausen dann einfach nur mein Handy geladen. Es war ultimativ stressig. Dann habe ich versucht, quasi Kalimoto zu verwenden mit dieser Energiespar-Option, dass sich das Display komplett ausschaltet, weil ich habe eigentlich ein OLED-Display bei Samsung und dementsprechend sollte das dann keinen Strom verbrauchen, wenn es schwarz ist. Hat auch nichts gebracht. Also dann war es bestenfalls so, dass es relativ konstant geblieben ist. Also es hat nicht entladen, das ist quasi einfach beim selben Akkustand geblieben. Aber natürlich, wenn ich rumfahre, Fotos mache, Videos auch mit dem Handy mache, mit der Drohne fliege, jeder Stopp braucht dann einfach mal 20% Akku. Dementsprechend hängst du es an und es ist am Ende des Tages auch leer, weil diese 20, die dir die ganze Zeit fehlen, die kriegst du nie wieder zurück, weil es hängt am Strom, aber es kann nicht geladen werden. Wirklich, wirklich übel. Also es macht mich einfach fertig. Wie kannst du einfach eine Software entwickeln und ein Produkt vertreiben und es soll ein Motorrad-Navi sein? Und das Ding entlädt dein Mobiltelefon während der Nutzung, obwohl es am Strom hängt? Würde ich sagen, alle Qualitätskriterien direkt hier einfach durchgefallen, erster Check, der möglich ist. Braucht man gar nicht warten, bis es abstürzt, weil es ist davor schon durchgefallen. In allen Nutzungsszenarien, würde ich sagen. Bestenfalls solltest du ja dein Handy mit der App auch nutzen können, ohne dass es am Strom hängt. Aber stellt euch mal vor, die Laufzeit Samsung S24 Ultra, würde ich sagen, hat einfach so eine, ich kann Videos mit WLAN oder mit 3G oder 5G schauen, mit 10 Stunden oder so, Display-On-Time, 10 Stunden. Ich würde sagen, wenn Kalimonte läuft, kriegst du maximal 2, 2,5 zusammen, wenn es nicht am Strom hängt. Übel, einfach wirklich übel. Ich habe wirklich auch den Test durchgeführt. Wenn man mit eingeschaltetem Display und Google Maps navigiert, lädt das Handy problemlos. Einfach. Währenddessen und du hast immer 100 Prozent. Perfekt. Wenn du mit TomTom Go navigierst, da kriegt man auch einige Routen mit Zwischenstops und so, das kriegt man ganz gut zusammen. Lädt das Handy auch mit eingeschaltetem Display. Alles perfekt. Zur Erinnerung, Kalimoto mit ausgeschaltetem Display verbraucht noch immer so viel Strom, dass es nicht lädt. Und zur weiteren Erinnerung, in der Regel ist das Display eines Smartphones diese Komponente, die am meisten Strom zieht. Weil, was willst du denn berechnen? Wir berechnen ja nicht konstant die 100.000. Nachkommastelle von Pi an dieser Stelle. Ich habe wirklich auch überlegt, was könnte denn so viel Strom fressen? Das Einzige, was mir eingefallen ist, irgendwelche verrückten Algorithmen zur Berechnung der Schräglage. Aber das war es schon. Alternativ hast du sonst keine Werte. Du hast ganz normale Tourenprofile über Höhenmeter, über gefahrene Kilometer, über, okay, Beschleunigung hast du noch und Bremsen. Okay, dann muss da noch irgendwas mitlaufen. Aber hey, wenn diese Faktoren einfach so viel Strom fressen, dann schaltet die ab. Aber das ist wirklich auch, genau, Bremsen, Beschleunigen und Schräglage. Das sind die drei Sachen, die können nicht einfach so viel Strom fressen. Genau, wie erwähnt, habe ich auch versucht, einfach mit Google Maps zu navigieren und Kalimoto nur aufzeichnen zu lassen. Weil ein Feature, das ich halt schon gerne habe, ist quasi, dass du einfach siehst, wo du überall schon gefahren bist und dann machst du Europa auf und dann siehst du, uh, hier war ich, Sizilien war ich, Irland war ich und Sardinien war ich, Europa war ich, Kroatien war ich, Bosnien war ich, Portugal war ich, Spanien war ich, Pyrenien war ich, Frankreich war ich. Es ist einfach, es ist irgendwie einfach schön zu sehen. Aber es macht mich immer wieder fertig. Punkt zwei, der mich wirklich auch permanent zum Verzweifeln bringt und dementsprechend auch meine Freundin, ist, dass die App einfach extrem instabil ist. Ich erinnere mich, pro Urlaub melde ich bei Kalimoto Fehler. Also ich erinnere mich auf jeden Fall in Kroatien, die super lange Reise damals mit der Multistrada V4S, wo wir im Inland rumgefahren sind, gerne hier. Die Playlist verlegt ist wirklich toll, ist noch nicht fertig. Die letzten Episoden kommen eines Tages, war wirklich eine wunderbare Reise. Und ja, wir haben einfach eine Route für zwei Stunden vierzig. Wir haben einfach eine Route für zwei Stunden vierzig Fahrzeit geplant und kein Witz, sechs Stunden später, wir sind voll fertig irgendwelchen Lebensstraßen gefahren, hat meine Freundin einfach gesagt, scheiße, brich ab, brich ab, Kalimoto ist ein Mist. Wir haben es beendet und sind einfach mit Google Maps nach Hause gefahren. Also das ist wirklich eines der Hauptkomponenten, aber das ist eigentlich der nächste Faktor. Genau, das ist Routenführung und Probleme bei der Navigation, auch Probleme bei der Zeitberechnung. Er hat mir tatsächlich, jetzt in Sardinien hat er mir gesagt, dass ich 160 Kilometer in einer Stunde fahren kann. Denkst du dir auch, was zur Hölle? Und ja, das war schnellste Strecke ohne Autobahn. Und auch die Autobahn ist in Sardinien 110 kmh, also der Algorithmus ist einfach vollkommen durch. Aber Fehler ohne Ende heißt damals in Kroatien auch. Es ist abgestürzt, es hat Wegpunkte falsch gesetzt. In Irland hat es, das sind jetzt einfach nur grobe Erinnerungen, die ich noch so im Kopf habe, genau in Irland hat es die ganze Zeit quasi nicht erfasst, wo wir eigentlich gefahren sind. Das heißt, diese violetten Linien, die da eigentlich da sind, da sein sollten, die sind nicht da. Oft ist es einfach abgestürzt, dann hast du während der Fahrt quasi einfach wieder den Homescreen da. Zusätzlich noch falsche Ankunftszeit war dieses Jahr wieder ein Thema. Er hat einfach irgendwas angezeigt oder sie ist hängen geblieben. Genau, falsche Routendauer war das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Genau, also ich bin draufgekommen. Wenn du schnellste Route oder schnellste so eine Autobahn hast, dann ist das noch einigermaßen verlässlich. Oft, jetzt in Sardinien bei mir ja auch nicht. Aber wenn du kurvig oder superkurvig hast, dann kannst du es komplett vergessen. Die Zeit ist jenseits von gut und böse und du kannst dich einfach absolut überhaupt nicht drauf verlassen. Die ganze Zeit dieser Fehler, du hast eine Route und du sagst, gib mir die nächste Tankstelle auf der Route und er sagt, ich konnte keine finden. Es ist ein Fehler. Das kann doch nicht sein. Also ich wollte gerade eine Tankstelle suchen. Kalimoto und ich bin in Holzkirchen. Fix gibt es in Holzkirchen eine Tankstelle. Er sagt mir, nächste Tankstelle auf der Route 145 Kilometer. Das kann doch nicht sein. Ich sage, nächste Tankstelle umplanen. Fehler. Boah, Junge. Fehler bei der Integration in die Route. Mann, komm, leck mich doch. Passiert. Fehler bei Integration in die Route. Ja, ich denke mir, was ist los? Ich meine, ich öffne Google Maps und habe ungefähr im Umkreis von 5 Minuten 3 Tankstellen. Bitte. Ich meine, das ist doch das Hauptfeature. Ich fahre hier, ich möchte schon eine Tankstelle. Okay, und dann sagst du auch, die Alternative ist quasi, zeige mir allgemein Tankstellen in Kalimoto. Dann siehst du meistens eine so in 30, eine in 50 und eine vielleicht in 8 Kilometer. Klickst du irgendwie deine an und am Weg fährst du auch noch bei 2 Tankstellen vorbei. Also, so ganz optimal scheint der Algorithmus auf keinen Fall zu sein. Was habe ich immer wieder auch diese Offline-Karten? Ich habe sie schon so oft gelöscht und neu installiert. Ich download sie immer und ich bin dann immer irgendwo und ich bin offline und ich will diesen Modus aktivieren und er geht nicht oder er kann keine Routen-Navigation starten oder er zeigt mir quasi gar keine Karten an. Er hat sie nicht, er zeigt, da ist Italien, ich bin in Italien und ich sehe aber nichts. Ich bin in der Schweiz, da ist die Schweiz, aber ich kann nicht navigieren. Wirklich, wirklich übel. Also immer wieder, letztens hat man mir gesagt, mein Handy hat vielleicht zu wenig RAM-Speicher. Das Samsung S24 Ultra hat 12 GB RAM und es gibt, glaube ich, meines Wissens gibt es kein Handy, das aktuell mehr hat. Wenn ja, hätte ich es wahrscheinlich gekauft, weil ich finde, RAM ist sehr wichtig, aber du kannst ja keine App bauen, die mit dem maximal am Markt verfügbaren Flagship am Smartphone nicht klarkommt und dort dann, ich meine, was ist denn, wenn du ein ganz normales, super tolles, preiswertes Preis-Leistungs-Sieger oder Low-Budget-Handy hast, hast du ja auch einfach das Recht, diese App zu benutzen und auch die Freude daran eigentlich. Aber ich kann natürlich sagen, das ist es nicht, weil ich habe die App einfach gekillt, habe es drei Tage später wieder versucht und dann hat es einfach wieder funktioniert. Da gibt es irgendwelche Bedingungen in dieser Logik, die da einfach nicht passen. Und wenn du es einschaltest, geht es dann einfach nicht. Dieses Jahr habe ich einfach viele Punkte gesetzt quasi. Ich habe aus GPX-Daten, die ich importiert habe, dann quasi meine Route für Sardinien und die einzelnen Tage durchgeplant. Dann waren da die Punkte gesetzt und dann habe ich die Route eigentlich fertig gehabt und dann gibt es diesen Button hier, Route starten, Navigation starten und ich klicke ihn und er sagt, keine Route gefunden oder es geht gar nicht und dann ist sie wieder da und dann musst du wieder alles wegwischen und dann stürzt sie, dann killst sie quasi. Beim Öffnen musst du beten, dass er sie wieder herstellt. Dann war es eigentlich in der Regel da, danach hat es funktioniert. Oft hole ich dieses Menü von unten hoch und es ist einfach schwarz. I don't know. Dann kannst du halt gar nichts klicken, musst auch wieder die App killen, musst wieder die App öffnen, musst wieder hoffen, dass diese Wegpunkte da sind. Bei mir waren sie so zu 80% waren sie da und dann kannst du einfach weitermachen und das ist ja okay, aber die 20% hat er irgendwie eine alte Route wieder hergestellt oder er hat gar nichts mehr wieder herstellen können. Dann bist du natürlich auch im Arsch und die letzten 30, 40 Minuten, die du gerade investiert hast, die Route zu planen, waren einfach für nichts und du fängst halt wieder vorne an. Mit der KTM habe ich es auch einfach sehr oft gehabt, dass das Ding einfach abgestößt ist. Also da fährst du und dann bist du wieder am Homestream. Genau. Wirklich auch super, besonders auch gefährlich, weil du bist ja da, du ärgerst dich, du versuchst es vielleicht während der Fahrt wieder zu starten, was zu Ablenkung führt, bist du nicht aufmerksam auf der Straße. Am Motorrad deutlich ungünstiger noch als am Auto. Da waren wir jetzt einen Monat in Sardinen und unsere beiden wahrscheinlich schon Kinder der Kinder der Kinder der Tauben, die wir damals hatten, wie wir in Sizilien waren, versuchen echt wieder hier öfter mal herumzusitzen. Aber wenn man sie regelmäßig immer wieder verscheucht, bleiben sie irgendwann wieder weg. Das ist mein Job für aktuell, das ist eine kurze Unterbrechung. Allgemein der dritte Punkt, Probleme bei der Routenführung war quasi genau, wenn du kurviger oder superkurvig nimmst, kannst du dich auf nichts verlassen. Also wirklich, was ich jetzt bei, ich mache ja immer schnellste ohne Autobahn, genau, was ich dieses Jahr wieder in Sardinien gefahren bin, wo du einfach sagst, okay, das ist die Hauptstraße im Ort, die fährt da, die macht so einen Schlinger und weil wir in Italien sind, gibt es super schmale Gassen und Kalimoto sagt, nein, in diesem Ort fährst du hier rechts rauf, aber du weißt, es ist ja wieder besser und du denkst wieder mal auch, ja, vielleicht ist es ja besser geworden. Also fährst du natürlich hier rechts rein, fährst dann mit deinem 300 Kilo Adventure Bike, irgendwie durch eine super schmale Gasse, wo du wirklich so breit bist, wie du durchgehst. Auto wird wahrscheinlich gar nichts mehr durchpassen, aber es ist offiziell an der Straße. Dann fährst du da hoch, oben ist vielleicht ein Auto, das es zugepackt hat, musst du wieder rückwärts runterschieben. Wir hatten alles dieses Jahr. Oder du fährst irgendwo runter, wo du wirklich, I don't know, wie steil das ist, aber es war extrem, extrem steil und dementsprechend noch ungemütlich. Und ja, dann kommst du einfach wieder zu der Hauptstraße und dann zoomst du ein bisschen raus und dann siehst du, verdammt, ja, ich habe gerade ungefähr 700 Meter Distanz gespart, aber ich hätte auch einfach gerne entweder die Zeit beim Rückwärtsschieben gespart oder ich hätte einfach das Risiko gespart, dass ich das Bike hier entweder in die Wand werfe oder irgendwie abwürge, weil die Steigung so steil ist oder es kommt ja noch immer jemand von der Seite oder kann zumindest kommen, kommst vielleicht nicht rechtzeitig zum Boden, weil du wieder auf einer komischen Kuppel bist, also für keinen Ort. Deshalb. Ich habe das auch schon so oft bei Kalimoto gemeldet, weil egal welches Profil du hast, du hast ja auch den geraden Ort, einfach in der Regel Hauptstraße durch und er sagt, fahr hier links rein, fährst du links 100 Meter geradeaus und fährst wieder rechts, bist wieder auf der Hauptstraße. Sogar wie ich einmal über den Großglockner gefahren bin, gibt es auch so die Hauptstraße, macht wieder so eine Schleife und dann sagt er dir einfach, hey, fahr hier rechts rein und ich denke mir, was ist, ich kenne diese Straße, okay, aber diesmal habe ich Bock, will sehen, wo du mich hinbringst, führt einen hier irgendwie durch so eine 30er-Familiensiedlung, damit du dann oben wieder rauskommst und dir auch wahrscheinlich da einen Kilometer Distanz gespart hast, aber das ist doch vollkommen sinnfrei. Das macht wirklich keinen Spaß und dementsprechend hier, liebes Kalimoto-Team, die Logik dieses Algorithmus ist. Das heißt, wenn fahre innerhalb eines Ortsgebietes, ignoriere alle Routing-Profile und benutze einfach die Hauptstraße, auch wenn möglicherweise etwas länger als die verdammte Nebenstraße, die den kürzesten Weg hat. Genau, also das ist auch mein Beruf nebenbei, Software zu schreiben. Es ist nicht so schwer, sich smarte Sachen zu überlegen und besonders, wenn es User wahrscheinlich regelmäßig melden, weil, keine Ahnung, ich habe den Fehler schon oft gemeldet und es kann ja nicht sein, dass es keinem anderen auffällt, wenn er irgendwie durch irgendeinen Ort wieder mal irgendeinen Umweg fährt, dass er einfach 700 Meter später wieder auf die Hauptstraße kommt und sich denkt, ja, diesen Kinderspielplatz und diese Einfamilienhäuser hätte ich jetzt ungefähr net 10 brauchen, weil du bremst ja quasi oft diese durch so einen Ort auch einfach 70 durch, beim Großschocken auf jeden Fall. Und dann fährst du hier einfach links rein, 30er-Siedlung, Bodenwellen, Häuser rum, kommst du da raus, denkst dir, wieso? Du wärst auf, also bei vielen Strecken ist der Umweg auch einfach mindestens gleich lang als die direkte Route. Aber ja, auch wenn es der Weg von der Distanz kürzer ist, lohnt es sich nicht. Wow, echt super frisch war uns aktuell, es regnet fünf Tage durch und es hat gefüllte 10 Grad da draußen, obwohl es schon Juni ist. Und zwar, was echt super lustig ist, weil Kalimoto ist ja auch ein Sponsor für 1000 PS und dann habe ich echt gestern Abend mit meiner Freundin dieses tolle Reisevideo von Tenerife gesehen, da kommt kurz so eine Einblendung hier, hey Kalimoto, da kannst du die Route super planen, aber bei den Fahrsequenzen später, wenn du sie fahren siehst, benutzen sie alle Google Maps, grandios, grandios. Was ich auf jeden Fall suchen würde, wäre einfach auch eine tolle Navigations-Zap, wo man gut Wegpunkte planen kann. Ich finde, Google Maps erfüllt den Job schon einigermaßen und dafür, dass es einfach immer super schnell ist, im Planen in der Regel nie abstürzt. Ich glaube, während einer aktiven Navigation habe ich Google Maps noch nie abstürzen gesehen. Irgendwas Korruptes habe ich auch schon mal gesehen irgendwann, aber die Häufigkeit ist so gering. Es lohnt sich nicht, darüber nachzudenken. Wäre wirklich toll, wenn jemand eine Empfehlung hat für eine gute Navi-App mit Wegpunkten, gebt gerne Bescheid. TomTom Go haben wir quasi auch. Habe ich jetzt mal einfach ein Jahr, haben wir auch ein Abo abgeschlossen, um so zu schauen. Aber das Navigieren mit Wegpunkten ist auch nicht so ganz optimal. Und deshalb, wenn ihr hier Alternativen habt, wie man gut navigieren kann, verlässlich und Wegpunkte in die Streckenplanung einbringen kann. Ich muss wirklich sagen, die Harley-Davidson-Panamerica-App, also die Harley-Davidson-App, über die kann man einfach normale Routen planen und das dann einfach auch direkt aufs Display spiegeln, ohne dass das Handy quasi mit aktivem Display läuft. Funktioniert wirklich super gut. Braucht auch fürs Handy nahezu keinen Strom. Ich würde aber einfach gern den normalen Tacho haben. Und ich habe ja bisher immer das Handy quasi drüber gehabt als Lösung. Das funktioniert perfekt. Und schreibt auch bitte unbedingt gerne in die Kommentare, welche Probleme ihr so mit der App habt und was immer wieder schief geht, beziehungsweise was immer wieder passiert bei euch. Oder ob einfach wirklich alles problemlos läuft. Aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, so viele Probleme wie ich pro Reise habe, ist wirklich auf jeden Fall kein Zufall. So, das war es jetzt auch schon. Dementsprechend, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ich schiebe dieses Video schon seit drei Jahren vor mir her und nicht, weil ich hoffe, dass Kalimoto irgendwann mein Sponsor wird. Nein, sondern weil ich mir einfach noch nie die Zeit genommen habe, darüber zu sprechen. Dementsprechend, ich finde auch leidige Themen gehören angesprochen und mein Feedback soweit von Kalimoto Seite. Für mich macht es wirklich keinen Sinn, dort auch Fehler zu melden leider, weil es werden einfach immer mehr. Es gibt gewisse Apps, die sind schlecht, sage ich immer schlecht. Es ist auch Sygic, ist so eine Navigations-App. Ducati Connect verwendet sie auch als Basis. Die war in den Anfangsjahren mal gut, aber ist immer schlechter geworden, stürzt immer wieder ab, hat immer wieder Fehler. Wollte mich schon mal auf so einer Seitenstraße über Fahrverbote lotsen und was wir auch alles für Probleme haben. Meine Freundin war auch schon so weit, dass sie einfach gesagt hat, sie weigert sich einfach zu fahren, wenn wir Sygic verwenden. Und ja, ich habe es jetzt auch endgültig gelöscht, obwohl ich mal das Package gekauft habe für die Karten weltweit und bla bla. Und da kann man halt nichts machen. Wenn es halt so ist, ist es so, entweder kann man mit dem Schmerz leben, würde ich sagen, und tut sich den Frust an oder nicht, ich den dir zu oder nicht. Also, ich hoffe, das Video euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich bin sehr gespannt auf eure Erfahrungen. Bis bald. Ride hard, ride safe. Wenn du wirklich mit einem super Quickcharger von USB-C auf USB-C lädst, dann funktioniert das und dann hast du auch genug Strom und dann kann auch Kalimoto laufen und trotzdem noch laden. Aber es ist einfach trotzdem sehr traurig. Und auch nicht jedes Handy unterstützt super Quickcharging hier. Mit 45 Watt, glaube ich, bei einem Samsung S 45 Ultra. Echt verrückte Ladeleistung.